Hallo, mein Name ist Volker Große. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Großen Radwelt in Markleberg. Wir haben für Sie ein ganz breites Angebot von Fahrrädern, vom einfachen Cityrad über Kinderräder bis zu Elektrorädern. Ich habe heute mal für Sie ein spezielles Rad ausgesucht, was ich Ihnen vorstellen möchte. Es ist ein wunderschönes Fahrrad, schon vom Aussehen. Das ist Highbike aus meiner Sicht mittlerweile ein deutscher Markführer, was MTBs mit Elektroantrieb betrifft. 29 Zoll, Hardtail, relativ leicht, knapp über 20 Kilo. Ein Yamaha-Motor, der sehr gut geht, auch im Gelände, im Gebirge, ein wundervolles Fahren mit dem Rad. SLX-Schaltwerk, sehr haltbar, schaltet sehr korrekt. Bremsen, Scheibenbremsen, die sehr gut zu dosieren sind und auch die Bremswirkung bringen, die im Gebirge erforderlich ist. RockShox-Federgabel, Bedienelement von Yamaha, also ein wundervolles Fahren. Feststellbare Federkabel vom Lenker aus, was dann auf dem Gelände sinnvoll ist, einzusetzen.